Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu RECK, zu einer neuen Folge von Let's Play. Deadpool Ah, husten. Willst du mehr über diesen Kanadier wissen? Drück A. Okay. Eh? 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 Awww 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 Huh Awww That's for stabbing me in the heart Literally That's for never letting me fly to Blackbird except when I crashed it That's for being the worst wingman in bromance history Oh man I want to see if the player will keep doing this That's for all the hot gamer girls out there hey call me That's for being a total douche That's for never washing the dishes That's for never washing the dishes Oh man Who wants a white elephant And finally That's because the whole setup just added five minutes of bonus play To the most awesome game ever devised by mutant or Man I guess he's not waking up Curious Looks like we're flying solo boys It's as if the next section was designed with that in mind Okay Hello Gott dann gehen wir halt ohne die weiter Screw the X-Men Wow is that a sentinel? Sure is Impressive right? You can see how they could destroy this entire island Populated with powerful mutants Oh Irgendwas kommt hier Ja TX and Y for combos Wow you are one lucky guy Cause that would have taken most people's head clean off Achso What the hell was that? Ah Warte So und zack Uh Cool Oh cool Oh cool Ah das wusste ich ja noch gar nicht Geil, dass man das kann Geil, bitch Get, 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 to go boom Wow Boy Can you send the bag Or just, just don't lose Coming over Keine money mehr Okay, doch, noch. Musst du nur nachladen, okay. Jäger ist der fett! Ich habe ihn bekommen, alles gut. Wo ist er? Oder? Das klappt irgendwie nicht mehr. Okay. Okay. Uh. Deadpool-Punkte. Und ein Taco. Den Taco darf man natürlich nicht vergessen. Wir kaufen uns mal Upgrades, ne? Könnten Sie mal ein bisschen was kaufen. Das ist nett eigentlich, ne? Wir haben hier einen achten Treffer in Folge Gesundheit. Wir haben hier einen kritischen Treffer. Wäre aber auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Zusätzliches Momentum auch nicht. Aber das ist alles so teuer, also relativ unnötig. Äh, hm. Schaden von Treffern, die deine Kombos brechen. Ah. Gib Gegnern, die deine Kombos stören, den Schaden zurück. Oh, das ist nett. Du hörst einen kleinen Momentum-Bonus, wenn ein Gegner deine Kombos beendet. Kostet alles 50.000. Irgendwie will ich das nicht ausgeben. Ich würde mir lieber mal eine neue Waffe kaufen. Das gönne ich mir. Feuerrate erhöhen. Äh, wir haben noch 100.000. Mehr Schaden. Mehr Schaden ist eigentlich nett. Was habe ich hier? Hatte ich das nicht alles schon gekauft? Moment. Hatte ich das nicht im letzten Bad gekauft? Äh. Bin mir sicher? Ich habe das gekauft. Okay, kann ich noch irgendwas upgraden? 30.000. Äh, nö. Glaube nicht. Okay, wie kann ich mein... Okay, damit kann ich meine Waffe switchen. Okay, das sind die Schwerter. Okay, das ist cool. Wo sind wir denn? Das Island of Genosha. Ich bin ziemlich sicher, es ist ein Kindeshare für Mutants. Oder ein Ort eines der schlimmsten Mutantsmassaker in der Geschichte. Ja, nein. Ich stecke mit der Mutantshare. Ich wollte gerade gucken, ob da oben was drauf ist. Leider nicht. Leider nicht. Keine Bonuspunkte oder so. Munition ist immer gut. Hä. Ja, okay. Ich will mal ein bisschen mit der Waffe hier kämpfen. Einmal reinrennen. Bam. 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 Mann. Ist der da gerade hochgejumpt? Deadpool-Punkte. Oh yeah. Ich bin Fan von Deadpool-Punkten. Und noch einer. Wow. Wow. Oh Gott, oh Gott! Oh yeah! Neugierig auf Cable. Achievement. Ha 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 ha. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting- We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on- Ha 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 ha. Which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Where does that expression come from? It doesn't make any sense. Make it stop. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hey, Scott. Ha 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 ha. Are you perfect with you, Wade? My brother. Oh my boy, Wade. Schuss suic criticUR blonde, ujuuuuruhuhuuuHuHuhey. Happy Smoke gitu. Hört das auch 자� Saturday particularly von allein auf und dann muß i- Damn it Wade. Ah, oah, 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 oah. Oh, man. War das tot ein liegES ENDED. Wimkes abhau doch zu mir, jeder Tracker hat einen Gute hier. Sieht aber Republican gefordert wie er noch eine anrufe. Wor geht es dir? Idiot, in kontaktiongern Ja! Was ist das? Kann ich die Waffen wieder ablegen? Ich glaube schon Ist das euer Ich habe gar nicht mal so eine krasse Range damit Zu viele Gegner Und ich will mit dieser Waffe ein bisschen kämpfen Ich glaube damit scheinen wir dann nämlich auch bessere Abgrenz frei, oder? So gesehen, wir leveln die Waffe so ein bisschen Ich habe keine Ahnung, Alter Da oben nicht noch welche? Ne, ist sie weg Wo kamst du denn her, Schnucki? Nein! Okay, nice Oh, au, au, ui Nein! Ich mag die Waffe, siehst du schnell Ja, au, au Okay, der ist tot Nice Boom Und nicht schon wieder Hey, du hast deine eigenen Leute umgebracht, man Das finde ich nicht okay Ich will nicht zwei von denen bekämpfen Oh Gott Aua Aua, scheiße Ist das da, Schrotflintenmunition? Nein Ja Nein Ja Nein Upa Nö Uah Uh Oh Gott Oh lol, ey Du kannst ja fett jumpen Was ist denn los mit dir? Rudi Oh Gott Ich habe keine Munition mehr für keine Waffe Oh Gott Hu Ja, Shotguns rockt Kann ich da irgendwie hoch, Alter? Bitte gern Ah Munition ist super Ich mag Munition 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 ist toll Bam Warte eben Geh weg Muss mich mal kurz ein bisschen regenerieren Dann kann ich wieder kämpfen Danke Geh Und den Taco Und den Taco Natürlich den Taco Bam Bam Da springe ich gleich rauf Ich will nur kurz meine ganzen Sachen einsammeln Nur noch fünf Tacos fehlen uns Wuhu Wuhu Bämf Tacos Nur noch Oh yeah Aha Krass, krass, tight Okay Okay Hop, 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 hop Nice For my first date with a fan girl Should we do italian or mexican Mexican Duh Good call Ja, mexican Ja, doch Mexikanisch ist gut Oh, hallo Okay Ich muss erst den hier besiegen Wie es aussieht Mann Irgendwas greif ich hier an Du da zum Beispiel Aber die hier nerven viel mehr Mann Ihr nervt mich hier, ey Ah Okay Hop, hop Nice Hop Kommt schon, Leute Mir fehlen noch fünf Tacos Ich will meine restlichen fünf Tacos haben Ja Im Ziel musst du ja passen Und Ja So Aua Komm schon Den krieg ich Habe ich ihn Wuhu Ich glaube da muss ich gleich raufdrücken Was ist das denn da Ja, ein bisschen Erstmal noch hier alles absuchen Damit ich auch schön Alles einsammel Hier hinten ist noch ganz viel Uh Haben will Gib mir das Da ist nichts, okay Gib mir das alles So Die muss da vorne rein Die Elixierjacken Energiezelle Schätze ich jetzt einfach mal Das sieht schon Ja, so aus Kann ich da hoch? Kann ich nicht mal Doch, einen Walljump kann ich machen Okay Gut, dann packen wir das Ding da rein Hm, stimmt Äh Oh, cool Ich kann ihn nicht nach oben und unten bewegen Schade Okay Alle Deadpool-Punkte noch einsammeln So, wir haben wieder 111 Ey, wow Äh, 111.000 Und ein paar Frame-Einbrüche hier gerade gehabt Hier ist gerade irgendwas lang gegangen Ah Den kann ich Eigentlich wollte ich mich anschleichen mit B, aber Ich war doch nicht so leise, wie ich gedacht habe Ich dachte mal, du bist mit B ganz leise Also, wenn ich mich teleportiere Dann ist man Ich dachte, man ist dann Für die Gegner gar nicht da Wurde das uns nicht so erklärt? Ich glaube schon, oder? Mano Da ist noch was Hier auch Achso, ich muss hier hoch Wow Das einsammeln Sind zwar voll mit Munition, aber egal Aber jetzt sind wir auch voll Okay Shotgun brauchen wir noch, ne? Gib mal mal Shotgun-Munition hier Ich will Shotgun-Munition Hm, sonst haben wir nichts mehr Okay Hopp, hopp Äh Muss ich hier raus? Nee Muss ich hier runter? Ich glaube, ich muss hier runter Nein, so Behold Number One Fangirl ist hot H-h-h, hah, hah, hah. H-h-h-h-h-h-h-h-h. H-h-h-h-h, h-h-h-h-h! Ahahaha... ...I Recall was all about. ...But I don't wanna know. ...Time is short. We need to get you to Magneto's old citadel across the island. ...Stupid fantasy?! ...Don't worry, we'll land a real girl someday. This is our game, after all. ...Wade! Are you listening? Don't even bother with that security tower. Sinister is up there, broadcasting is... Woah, 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 hold up, Mr. Sinister is up there? As in the S-hole, who killed that other A-hole, who was my contract? One side, Summers, I got me some business to finish. Dammit, Wade, stop! We don't have time to mess with the security towers. Das war ein cooler Key. Haben wir hier gerade eben zufällig gespeichert. Ich würde mich eigentlich gerne im Bad beenden. Hä? Da hinten ist nur einer. Oh! Erstmal alles einsammeln. Nee, der sieht mich nicht. Ich krieg den! Ach, komm! Spasti! Oh, nein! Eeeeee! La 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 la! Nyeh! Nyeh! Mann! Da ist noch einer! Da war noch einer! Was ist das? Nee! Hä? Wo? Hinter mir! Oh! Warte da! Nein, ich will dich da! Ist doch dein Herz, geh weg jetzt! Nyeh! Nyeh! Einfach raufklatschen! Geh weg! Nyeh! Der ist dead. Kann ich mal kurz... Nice. Tacos-Geschmack. Ich glaube, wir haben es geschafft. Mehr DPS. Oh, ich will Damage haben. Ich glaube, ich muss damit ein bisschen mehr kämpfen. Dann kann ich mir das Damage-Upgrade gönnen. Boah, Verbesserung verfügbar. Wow, habe ich es nicht gerade gesagt. Yes. Wuhu. Mehr Damage. Mehr Patronen ist gut. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Und hier kann ich nichts mehr kaufen, ne? Hier auch nicht. Hier kostet auch zu viel, ne? Ja. Und hier? 35. Hätte ich fast. Okay. Aua. Junge. Du da oben, ne? Aua. 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 Now these should come in handy. Aua. I aim because I care. Geh weg jetzt! Ich glaube, der ist dort. Ja. Ich könnte mir vielleicht noch langsam mal neue Waffen kaufen, ne? Hier, so die Sachen hier. 150.000, 100.000. Hm, okay. Habe ich da oben nicht gerade noch einen Typ gesehen? Da ist er. Hey! Geh weg! What? Okay, wir machen eindeutig mehr Schaden. Holy fucking shit! Okay, ich muss näher ran. Geh weg! Du nervst. Oh, ich lass mich doch gerne hinten. Ich klatsch den jetzt. Geh weg! Du nervst! Und das will ich mich nicht hinten lassen. Von dir will ich mich nicht hinten lassen. Einige, glaube ich, sind in dem Typen drin. Oh, läuft! Geh weg! Oh, ich will da kommen wieder noch! Geil! Ach, hilft der uns grad? Alter, Leute, da ist ja noch... Wow! Muss ich mal eben heilen gehen, nur. Danke! Fürs Abwarten, großer Buddy-Typen hier. Wow! Nice! Gib mir die Waffe! Yes! Bam! Kann ich die auch damit treffen? Nee. Aber euch! Yeah! Die machen ja schon alle so ein bisschen Damage, ne? So. Milken auf einmal sind schon nervig. Oh Gott, oh Gott! Geh doch weg, ey! 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 Welches Kabel muss ich eigentlich durchtrennen? Irgendwie. Irgendwas sollte ich doch grad machen, oder? Irgendwas mit nem Kabel oder so? Wurde mir da angezeigt? Angezeigt? Okay, der ist besiegt. Nice! Der ist auch tot. Oh, noch einer aus Eis? Nett! Nice! Das war Spaß! Let's do it again! Huh! Wade, I need to return to the future and finish fighting a battle that you pulled me away from. Wait here until I get back so we can form a plan. Aber ich will nicht warten. Echt so? Let's go kick Sinister's ass before he gets back. Summers will be so proud! Nice! Ja, das machen wir jetzt. Gleich. Äh, muss ich da oben rauf? Ja, okay. Cool. Stürbchen kriegen. Now what do we do with this? Well, we should open him. Dreh'n! Yeah! Ah, weiß man nicht. Oh! Machen wir. Joa. Mehr Schaden ist immer gut. Mehr Patronen. Jetzt kann ich, glaub ich, nichts mehr kaufen. Doch, eine Sache kann ich noch kaufen. Mach ich. So. Scheiß auf neue Waffen. Äh. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Äh, da hoch, okay. Wir haben eine Kuh gewonnen. Ne, ich schieße die Kuh doch nicht ab. So, ich brauch diese Plattform da. Yes! Nein, was? Ach, komm schon. Ich will. Ist das dein Ernst? Jetzt aber. Huh. Nice. Jetzt die Plattform. Okay, wir können noch mal die Million Dollars gewinnen. Uh. Noch ein Versuch. Ist das dein Ernst? Wie bin ich denn jetzt bitte da runtergefallen? Okay. Okay. Gleich da raufspringen. Hup, hup, hup. Nice. Jetzt warten. Das ist so laut. Nicht dein Ernst. Meine Million. Oh Mann, meine Billion Dollars. Äh, komm ich da überhaupt drauf? Hup, hup. Ja, komm ich. Hup, hup. Nyeh. Hopp. Oh. Hup. All right, Sinister. Time to pay the pan. What the? What the hell happened to you? That looks very uncomfortable. Oh. You. Me. Deadpool. You repulsive, putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. Nothing you do will stop my master plans. Wait, wait, wait. Are you stuck in there? No. That would be ridiculous. Oh, so then you wouldn't mind if I played with this. Nyeh. Wait, what are you doing? No, don't touch that. I don't know about you, but... It's a music game. Out of my way. Funny. What? God, mother. Stop pressing that. Ow. You motherly dart. Yeah. Uh-huh. Whoa. Wait. What does this one do? Oh. Dang-a-tang. Oh. Hey, Summers. Was that the big problem you needed help with? Because I just took care of it. Like a boss. Huzzah. Wade, that wasn't... Seriously. Roll credits. We're done here. Oh, okay. Was it Sinister? That was a clone. Damn, Summers. What did you have for breakfast? Smells like tacos. You like tacos, Wade? No, you know. I know this hot taco lady, Samantha. Oh, she makes the best... Wade, what if you could never eat one of Samantha's tacos ever again? What you talking about, Summers? Mr. Sinister is going to kill Samantha, destroy all her tacos, and everyone else in this moment, unless you stop him. Shit just got real. Indeed. So, we going back-to-back brain style on this one? Uh, no. I can't stay. I'm fighting my own battles in the future, all of which hinge on what you do here and now. Anyway, the real Mr. Sinister is holed up on Magneto's old citadel on the far side of the island. Easily a day's walk, so we'd better... Fuck walking. Get ready for plan awesome! If you insist on me building this thing, then I'll need two parts. My reading show, the first one is that way. Mojus Jimmy Changos, amigo. Okay, gut. Leute, aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir sehen uns bei DAS nächste Mal wieder. Haut da rein. In... In... In...